Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gusto der Leffen. Das hier ist eine wundervolle Runde mit Hardy. Ich werde durchgehend ge***** im Gulag gerade, ich wirklich. Es lohnt sich das Ende anzuschauen, aber bis dahin passiert auch einiges und zwar besonders, dass ich gar nicht mal so schlecht spiele. In der ersten Link in der Beschreibung geht es zum Stream, da passiert sowas. Viel Spaß damit. Was ich gerne hätte, Chat, wäre eher das kleinere Visier nochmal zu probieren. Na also, das hier. Das ist schon ziemlich strong. Probieren wir es mal, Chat. Was ist los, Gusti? Ich habe vergessen, Konfetti-Kanonen zu bestellen. Wofür sollen meine Leute denn sonst das Geld ausgeben? Also die Kanalfunkte. Ah nein. Ach, du wolltest doch so Party machen und so, ne? Ja, Party. Wer f***t dich hier, Gustav? Wir haben zwei Leute. Achso, der andere f***. Ja, achso. Na klar. Ah, das sind... Geh weg, geh weg. Beides Hardcore-Schwitzer. Ähm, sie sind an meiner Termit gescheitert. Nein. Das ist ein Hardcore-Schwitzer gegen Termit. Termit gewinnt. Ist das geil. Ich werde, ich werde durchgehend gefickt im Gulag gerade. Wirklich. Außer... Mal lernen. Du hast so recht, ne? Es ist wirklich, es ist immer so witzig zu beobachten. Ich habe mir das aber auch angewöhnt, ne? Er hat ja die Side... Wir hatten gerade Sidewinder, ne? Du weißt ja den Rückstoß. Ja. Ich komme um die Ecke, ich springe um, ich springe um die Ecke und du siehst einfach, wie, wie dieses Fadenkreuz in dieser Bewegung mitgeht, so weißt du. Frech sowas. Es ist wirklich... Also springen macht so keinen Sinn, Digga. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zwei Leute? Was? Hä? Ich habe Angst. Big Gustav. Get rekt! Immer noch nicht genug Geld. Noch mehr. Jesus Christ. Kann ich bitte hier irgendwie... Da ist er. Oh, da verpässe ich mich. Oh, oh. Guck mal, 3K, Gustav. Ja, ja, aber guck mal, da leuchtet fucking halbe Web auf. Ja, da kommt jetzt der... Da kommt jetzt der Loadout. Da ist auch keiner. Laut. Drohne. Laut dir? Ich glaube, ich werde jetzt... Bist du die Drohne? Laut deiner Drohne. Achso. Ja, weiß... Oh, 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 da kam ein Snipe auf dich. Ja. Vorsicht, Auto noch in der Nähe. Hast du eine Muni-Kiste oder sowas? Äh, nein. Was brauchst du? Äh, naja, Rifle-Muni. Und Plättchen. Aber hier ist auch noch. Plattenkiste ist hier auch. Digga, das waren so Polen und die waren so sauer. Shop wieder. Noch ein... Was ist da los? Einer ist auch hier irgendwo gelandet. Gustav, Hilfe. Bei dir schon? Ja, 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 ja. Der ist aber low. Der ist Shieldcrack. Der will aber unbedingt. Hier. Mehr Renner, pass auf. Ja. Ey, ich move grad nach rechts, dass ich vielleicht einen anderen Winkel hab. Hm, ja, ich komm auch mal mit. Nein, der ist wieder hier. Der ist hier hinter mir. Da oben. Der hat mich fast. Fuck, Mann, dein Marker. Nein, hä? Der ist auch sehr... Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht von wo, Bro. Boah. Okay, warte, Dudes. Der kommt und pusht. Nix ist. Schöne Hits. Schön, Gustav. Da glitsch liegt keine Muni mehr. Ich hab noch gut gedroppt, Muni, aber... Boah, nein. Das ist ja einfach weiterschießt, hätte ich nicht gedacht. Boah, schön. Gar keine Muni mehr. Boah, was passiert hier? Alle sind so am Puschen. Was? Hä? Nichts. Keine Ahnung. Er ist die ganze Zeit geschlichen. Durchgehend. Aber wie schnell warst du bitte auch tot? Du warst Fullplates. Ja, normal, oder? Schön. Schön, schön, schön. Junge, was war das für eine anstrengende Scheiße da drüben? What the fuck? Du fängst jetzt einfach ein neues Leben an. Ja, ist ja alles gut. Alles gut, Gigi? Das erste Mal, dass ich einen Interceptor in der Hand habe, by the way. Ich hab noch nicht gespielt. Ja, muss man noch nicht. Naja, muss man schon anscheinend, wenn man gewinnen will. Jetzt holen wir uns hier schön unseren Loadout. Aber ich geh jetzt wieder auf Sniper, weil gerade war das komplett bescheuert. Bist du plattentechnisch gut ausgestattet? Drei Stück gerade nur. Da kommt einer. Was will der denn? Fähre-Waffe. Sehr, das Problem nicht. Digga, what the fuck war das denn? Ja. Sind die dort? Ja, ja. Wollen wir nicht den Kopfgeldauftrag mitnehmen? Ja, aber warst du nicht gerade oben? Zeig, ja. Was du meinst? Ich war halt unten da, so. Mir fiel das schwer. Ah, guck mal, das sind die sogar. Ja, doch. Ja, das ist immer an. Was hat er? Colin. Colin ist jetzt nicht der größte Schwitzername. Hier. Rechts davon, oder was? Ja, ja. Pass auf, du bist komplett... Ah, nee. Du hast... Nee, nee, nee. Ich bin nicht offen. Die pimmeln halt in dem Haus jetzt rum, ne? Mehrere Shield-Hits. Ach, shit. Noch mal Shield-Break. Oben drin. Ja, ja. Nice. Die hat nichts getroffen, irgendwo. Ich hab ne Sam-Tags reingeschmissen. Nichts? Nichts, wieder nichts. Panzerungskiste hab ich kaputt gemacht. Ich bleib mal... Ich bleib mal hier so. Das ist der nicht. Die sind halt oben... Ich wusste, ich weiß nicht. Einer Shield-Break. Alles gut, wir müssen nicht. Ach, Digga, jetzt kommen die da nicht raus. Ich hab halt nichts zum Reinst... Ja, die liegen... Die sitzen oder liegen halt safe in irgendeiner Ecke, so, ne? Geh mal hier rein und guck, ob hier irgendwie eine Granate ist. Ja, ja, es macht keinen Sinn, da jetzt reinzulaufen. Ja, ja, du hast verstanden. Moven die weiter? Oh, was war das? Irgendetwas. Da war doch gar nicht ne Tür, oder? Ich trau dem Braten hier nicht. Ich trau hier gar nix. Hier sitzt doch safe jemand über uns, Gustav. Ja, ja, ich denke schon. Aber wir können... Also, I don't know, ich hab ne... Ja, ich will... Ich werd jetzt nicht so in der Häuserpusher. Warte, 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 ich hab was Schönes. Hier, guck mal. Das sind das zwei, ich kann das irgendwie nicht erkennen auf deinem ersten zwei. Einer ist, äh, absolut. Einer ist absolut. Einer ist down, unfinished. Heimig. Nein, lol, ey, durch den Smoke ist es wirklich wieder so albern, Mann, auch. Schade, Mann. Digga. Bro. Ja, ich sag das jetzt. Ja. Bro, wenn du die K*** gesehen hast. Er hatte Aim-Assist durch die Smoke-Wolke. Ach, schade. Ja, er ist komplett auf mir drauf geblieben. Ich will nie wieder irgendein Scheiß-Video sehen von... Wie stark ist der Aim-Assist? Gar nicht. Shit. Ja, ich bin tot, ne? Warum? Nein. Ja, weil ich gelandet bin und direkt rechts neben uns ein Team war. Rechts neben uns ist wo? Also da, wo ich hingucke. Da, wo ich hingucke. Hier bei mir. Direkt auf meiner Leiche. Kommt unten rein. Da liegen noch zwei Pizzen auf den Leichen von denen. Echt? Ja, ja. Im Smoke. Aber halt. Im Smoke? Ja, also im Gas halt. Links, links um die Ecke noch. Weiterlaufen und dann links. Da liegen zwei Pizzen. Dankeschön. Ähm, ich versuch dir anzusagen. Du hast da einen. Ja, ja. Ich hab neben mir aber jemanden. Ja, ja. Da. Vor allen Dingen. Ich hab's von einem anderen Team leider abgeknallt, bro. Also ich hab den in mein Bier bekommen, aber die anderen haben mich. Mach ruhig. Riskiere gar nichts. Tut mir leid, diese Runde bin ich leider zu nichts zu gebrauchen. Passiert. Dafür performe ich und das fühlt sich gut an. Starkes Ding. Ja, das ist das eine Team, was jetzt genau gegenüber sein sollte, ungefähr. Das war... Die haben sich Shop gerufen. Hocker sagen. Und der sitzt... Oh, oh, du geile Sau. Noch eine Granate? Ah, shit. Das gab nicht. Ja! Boah, okay. Der hat noch einen aufgeweckt. Der hat den aufgeweckt nochmal. Der hat eine Pizza benutzt. Was? Nein. Nein. Nein! Nein! Dennis! Ich hab das nicht gecheckt. Alles kaputt. Alles kaputt. Nein. Ich hab das nicht gecheckt. Ist das geil. Ich hab das auch nicht gemerkt, dass der das gemacht hat, bis ich nach oben gucke. Und da steht zwei gegen zwei. Also eins gegen eins. Und dann kletter ich so unlucky an dieser Wand rum. Das kann nicht sein. Die Wand. Ich hab den Win schon gesehen. Ich dachte, oh mein Gott, was ein Comeback jetzt noch. Das war so krank von dir. Wirklich. Die ganze Runde nur hinten irgendwo tot und so. Und dann plötzlich, bam. Aber ist natürlich für die ist das legendär, ne? Dann Eider hat den auch geholt und so. Ja, klar. Logisch. Das sei denen jetzt auch gegönnt, so, ne? Aber war halt unbefriedigend. Ja, unbefriedigend. Ach, Mann. Hat die ganze Wand klettert.